So, genau, letzte Folge haben wir den Terraformer wieder richtig umgebaut und jetzt gibt es schon wieder Fett aufs Maul und das finde ich gar nicht geil. Also hier ist der Richard und wir spielen wieder Red Faction, aber Gerdon. Und die Typen haben mir mein Intro versaut und deshalb geht es jetzt Fett für die aufs Maul. So, Schrumpelpenis, komm her. Ba-ba-ba-bam, weg. Äh. Wir müssen die Leiter hoch. Nein, 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 da unten war Muni. Komm. Hä? Spring doch da runter, verdammt. Und jetzt, nein, 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 Ränder lang und Munition. Und Puff. So, jetzt mal guck. Nein. Ich vertue mich immer mit den Tasten, denn mein Mikro steht genau vor mir, weil die letzten Aufnahmen, die ich zum Beispiel gemacht habe, waren ein bisschen leise. So. Jetzt da hoch. Ich wollte eigentlich auf den Tabulator drücken, aber jetzt gibt es hier erstmal Fett aufs Maul für die. So. Und wieder mal kämpfen wir uns mit Leuchtspur Munition durch die Level. Aber den da finde ich cooler. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, der ist geil. Äh, nicht geil, aber halt. Der hat was. Der ist irgendwie, den schauen wir uns mal genauer an, den Gegnerart. Warum habe ich da jetzt nicht hingeschossen? Einfach so zum Spaß, oder was? Kann ich mich nach links lehnen? Ne, rechts lehnen meine ich. So. Nein. Von hier sind wir doch gekommen. Also müsste ich hier der Typ mit dem Raketenwerfer sein. Hä? Das ist der nicht. Das war der nicht. Der hatte keine roten Augen. Aber für die gibt es nochmal schön T-Bang. Oh ja. 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 Okay. Vielleicht hat der sexuell ansteckend. Sexuell. Ne. Sexualkrank. Ne. Sexualkrank? Apple Computer. Abspielen. Boah, jetzt redet dieser verdammte Held dazwischen. Okay. Schnell durch. Wir wollen jetzt... Uuuuh. Äh. Der ist platt. Okay. Aua, aua. Da oben. Das ist er. Was mich interessiert. Ne. Geht nicht. Wir sind nicht die Unkast. Ja, egal. Ich komme hoch. Huuu. Ja, fick dich. So, weg ist er. So, Munition. Wo, wo, wo? Da oben wahrscheinlich. Hallo? Alter, was ist das denn jetzt? So, den schauen wir uns jetzt aber genau an. Komme ich denn hier rüber? Hallo? Oh, ne. Jetzt sind wir ganz runtergefallen. Ich bin so ein Idiot. So, gucken. Leiter? Keine Leiter. Wir müssen aber hoch. Aber ich will wissen, was der für eine Waffe hatte. Ich will da nicht. Verdammtes Kackloch. Hoch. Hoch. So, jetzt machen wir erstmal das Loch zu. Brücke ausfahren. Bauen wir sie uns doch einfach. Okay, das kann er anscheinend nicht. Okay, keine Gegner. Keine Gegner. Zwischensequenz. Ich konnte sie nicht aufhalten. Wo ist dieser Mistkerl? Dort in Lack. Son of a bitch. Also. Hurensohn auch genannt. Krass. Das ist ein Alien. Das ist ein Alien. Exos? Das ist ein Exoskelett. Hammerfett. Komm her, du Nutte. Na. Shit. Fuck, 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 fuck. Lad dich auf, lad dich auf, schnell. Wo bist du? Wo ist das? Wo ist der? Komm her. Boah, hat der mich erschreckt. Alter, das ist doch ein Scherz. So, jetzt fick mich. Nein. Oh, und der macht deutlich mal die Apple Computer kaputt. Okay, wo bist du? Da ist er. Und der ist kaputt. Und der hat noch nicht mal was fallen lassen. Von dir bist du gar nicht mehr übrig. Hm. Komisch. Komisch, komisch. Also dafür, dass das Spiel eigentlich am 18 ist, ist das ziemlich schwach von der Brutalität her. Aber naja. Evilchair, komm her. Oh. 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 Hallo, dein Bruder ging doch kaputt. Geh kaputt. Wir haben eine Mission zu erfüllen. So, die Mission ist vollbracht. Nein. Nein, das ist kein. Ups. So. Ein Absage Look von Apple Computer. Eine Verschwörung. Eine Verschwörung. Haltet sie auf. Ich halte sie auf. Wum. So. Nahkampf. Ach so. Wenn man den Hammer ausgerüstet hat, dann ist das automatisch der Nahkampf. Okay. Verstehe. Nein, oder? Ich habe so das miese Gefühl, dass einer dieser Apple Computer zum... Nein. Hier. So. Adam Hale finden. Aber, da das ja anscheinend unser Feind ist, über das ganze Spiel über, denke ich mal nicht, dass wir den jetzt gleich kriegen werden. Hey, muss irgendwo sein. Schnell über die Brücke. Wum. Okay. Bam, bam. Okay, den kennen wir doch irgendwo, ja? Wow. Nein, Sarge. Lol. Wow, ist das ein... Ist das ein... Motherfucker. Und der Terraformer ist zerstört. Okay. Jahre später. Jahre. Ganze Jahre. Also dafür, dass es Full-HD und beste Grafik sein soll, naja. Aber die Frauen haben auch hier einen fetten Ausschnitt. Wie sich das so gehört. Okay. Eine Händlerin. Marauder Müll. Ah, keine Schmugglerin. Ja, die kennen sich. Oh, Darius. Er lehnt... Aha, er lehnt diese Frau ab. Ah, Darius. Nee, Mason. Darius? Mason? Kann nie schaden. Also, Darius Mason heißen wir, glaube ich, oder? Ja, heißen wir, heiße ich besser gesagt. Das spielt ja alles auf dem Mars ab, also, falls ihr das im Intro gelesen habt, also alles Mars. Geile Zwischensequenz. Hallo, lo, lo. Ja. Sie haben mich gerufen. Aha. Oh, ein Exoskelett. Nicht, dass wir jetzt für den... Kann es sein, dass wir jetzt für Hale warten? Äh, arbeiten? Etwas in der Art. Ja, mit dem Ding komme ich überall durch. Okay, da bin ich gespannt. Oder ob es eine Falle ist. Okay, also keine Gefahr. Boah, fett können wir jetzt dieses Exoskelett steuern. Boah, das ist geil. So, mitnehmen. Hallo, ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal Sachen kaputt machen. Springen kann ich auch nicht. Sam, engagiert Magnetgun. Magnetgun, engagiert. Lol. Amma, fett. Jahrhunderte. Aua. Boah, ich spiele hier schnell durch. Wer ist das? Okay, was ich mal ausprobieren will. Da ist jetzt doch ein Pfeiler, oder? Boah, ist das geil. Okay. Okay, also ich kann den... Höh! Welcher Weg, Sam? Scans zeigen eine unbekannte Struktur in der Kopf. Alter. Meine Kugel, die nehme ich jetzt mit. So. Die Kugel gehört mir. Hammerfett. Anders. Anders. Dann schauen wir es uns doch mal an. Kite. Kite. Wir sprechen mit deinem Kite. Das ist wahrscheinlich unser Auftraggeber. Wow. Okay. Aber, wow. Wie die Zeit vergeht, das war schon wieder eine Folge. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Red Faction Armageddon. Und da machen wir uns... Hoffentlich wissen wir dann, was es mit dieser fetten Statue auf sich hat. Also, tschau Leute!